auf unser tisch laufen hat rick bräuchte so ein freemanzug da kann er direkt rein können das wird auch sofort umgewandelt zu trinkwasser genau und wenn du schwitzen tust genau das gleiche so ich bin ich noch nicht erst immer brauchte die damals auch ein bisschen inkontinent ja gut passiert bei manchen leuten halt ja du wirst lachen wo es mir damals hat dieses eine medikament verabreicht haben was sie nicht vertragen habe sobald irgendwie apfelsaft usa oder was gepunkt und gegessen hast ich habe mal waren mit den kindern weg hätten die die toiletten abgeschlossen ich hätte ihn da auf den gang geschissen ehrlich dagegen gar nichts ich hatte ursaft getrunken oder apfelsaft irgendwie und da war vorbei und das ging auch vorher ich habe es echt ich habe meine fahrten schon echt so geplant also zu hause toilette gehen ist auto steigen zum bahnhof am bahnhof toilette zug keine toilette bielefeld bahnhof toilette intercity toilette düsseldorf hauptbahnhof toilette straßen mal keine toilette da muss wieder aufpassen regional direktion toilette kein mittagessen weil auf dem rückweg probleme und dann genau das gleiche wo sieht die toilette und reicht es oder reicht es nicht und da habe ich gesagt irgendwas stimmt doch nicht ja und dann war medikamentenverträglichkeit aber ich habe es dermaßen passiert in diesem zeug gekommen wo steht da denn bei dauern dann sieht sogar schon genau vor das sieht aus als ob du in eine fracht verloren hätte es bei mir die hängt daneben ich bin doch clever patrick ich habe mich in die tankstelle reingestellt habe mein sprit komplett auf dich übertragen und habe mir dann neuen sprit von der tankstelle geholt ist doch viel einfacher jetzt oder ja klar auf jeden trotz fehlt mir noch ein bisschen was manchmal habe ich gute idee manchmal aber nur manchmal ja gerne taktiker bei solchen sachen wir tun ja sowieso sehr koordiniert daran arbeiten immer eben eben mal gucken ob der sprit reicht mit zur wetterstation ich hoffe mal ich hoffe mal dass ich hier überall durchkomme ich glaube ich glaube ich kein problem haben ich bin gerade nur irritiert dass diese ablade symbole alle hinter mir sind das sind die auflade ja wie gesagt ab und zu mag ich das echt mal den cat zu fahren was anderes so hier geht es jetzt irgendwo rein in die ballachei einfach nur ist gut geht ja nur rüber wenn wir hinter den durchfahrt links haben hier gibt es ja auch hier kannst du es auch oben lang fahren aber das ist falsch da geht es zu dem haus du musst runterfahren zum wasser also ich bin fast wieder 40 liter verballern er hat hohen du es ist ein geiles auto aber sache ich habe mir letztes mal beim kran habe ich gesagt am besten noch ein tankwagen dahinter hängen kannst du jetzt natürlich nicht machen aber hier musst du eigentlich auch das weiß ich ganz schön riskant was ich mit dem gemacht habe einfach ungebremst über so eine brücke fahren wurde er so gerne mal links und rechts aus warte mal oben oder unten und egal nicht war moment das war die kaputte brücke da ersatzteile und wir haben hier noch eine brücke gar nicht repariert siehst du das ja aber doch ja normalerweise nicht drüber aber die ersatzteile sind für was anderes ja ich weiß sie muss man da bergen die brücke ist nämlich total kaputt sich in der nähe bleiben oder kommst du durch das wasser gleich durch da komme ich wahrscheinlich durch gefährlicher wasserstand so jetzt habe ich nervennahrung erst mal gebraucht wenn jetzt bitte ich muss ja auch mal was holen so mit allrad antrieb und differenzial schwer und lasten kann sich jetzt weiter geradeaus nah meine ich ja was ist mani ich bin die vier planten hatte die holzplanken ja die tiefsten wälder bin ich rein liefern oh hattest du an der schienfabrik keine mehr keine ahnung eine schienfabrik hätten normalerweise noch welche da sein müssen wir hatten da so viele dahin geliefert das ist ja egal dafür sind sie ja und den rest können wir später über produktion ja er beliebig nach organisieren es ist der planken sind ja unendlich machbar hier was machen wir wo sind patrick planten und dort sind fertige planten die wild bin das meiste patrick geradeaus durchfahren oder lieber oben über die holz eine auswahl ziemlich ist glaubt außenrum ist einfach einer vor rechts über die holzstation über den weg ich glaube auch ich meine der hier und da hat ich mich mit zucker aber so ganz übel festgefahren da kommt man so schlecht hoch das gang also ohne differenzial antrieb bist du hier echt aufgeschmissen da habe ich schon wieder weg bei mir geht es nur 80 habe ich noch 267 ich werde auf jeden fall nachdem wir die der schubt mir wirklich zu viel ja auch wenn der ist richtig geil der ist idiotensicher zum fahren aber das brauchst du einen schon fast der als tanker mit fährt ja richtig aber soll ich sag ja für kran mission und schwierige sachen da ist das echt eine geile sache hängt doch ein tuster vor oder sowas oder irgendwie ein tiger der da nur mit drauf hat damit kannst du aber schwierige aufträge sehr gut erledigen wenn es gerade so kriminell ist mit dem fahren ich fahre geradeaus weiter und fahr dann hinten quer zur sieht mir nach dem besseren weg aus als machen wir nicht den großen umweg also hier geradeaus ist ja einfacher oh scheiße jetzt eigentlich komplett verfahren und dass ich da nicht rein gefahren bin damit denn auf die idee da lang zu fahren erst mal noch eine ehrenrunde hier oben gedreht ja das ist weil ich auch schon auf den weg gefahren war alles klar ja ich habe auch extra auf die gewartet guck noch wo der weg hier raus geht genau von hier aus gegenüber ja ja ich war schon dran vorbei und wollte da zwischen den häuschen und dem lager rausfahren kriegen wir jetzt einmal im kreis oben gefahren und dann können wir von hier aus viel einfacher nachher quer fahren zur fabrik aber wenn es so ein bisschen schräg aufwärts geht da musst du mal kurz auf lasten gang bei dem auto hier stellen damit das differenzial greift weil sobald ein rad nicht mehr bodenkontakt hat hast du mit der kiste verloren sonst ja ich werde mir wahrscheinlich gleich einen tanker holen können weil wir haben da unterwegs kein tanken mobil mehr glaubt nicht nur noch 102 liter ja so ein schluck speck das ding er hat richtig richtig viel durst das ist genauso wie zucker wenn er nicht zuhört dieselbe prinzip der wagen hört nicht zu der soll sparsam fahren ja ich habe ja gesagt er hat einen wahnsinns verbrauch aber wie gesagt für schwierige mission würde ich den trotzdem immer nehmen weil der halt eben eigentlich kippsicher ist ja genau eben obwohl das wird das ist meine aufgabe patrick dann sage ich mal zucke nächstes mal er soll einfach nur tanklaster fahren und einfach neben dem her fahren und die ganze zeit betanken wenn das braucht ja genau und einfach sprit reinhauen wenn das braucht genau und das passiert bei dem ja oft genug dass du sagst ich brauche sprit ach ja habe ich noch gar nicht erzählt heute war von einem ehemaligen vermieter mieterin hier oben drüber die tochter dann da und mit den riesengroßen container ach die dann die wohnung leer geräumt ja genau die auflösung ja genau das ist echt bitter wenn wenn du so mietwohnungen hast und so mein bei ihr könnt ihr vieles übernehmen an der stelle ist an der kreuzung links ja 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 aber 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 bei meiner oma gesehen du hast fast die ganze wohnungseinrichtung raus und alles weg na ja richtig das ist so bitter was da an werten vernichtet wird aber gut wer will auch die uralten sachen dann haben vor allem die uralten sachen ja richtig ja aber da also meine oma damals gestorben ist und wenn du dann die wohnung ausräumen musstest und die alten schränke und alles weg du hast ja deine gesamte kindheit dann bei oma zwischendurch verbracht nicht wie oft ich bei oma dann übernachtet habe und sowas und du hast ja auch gespielt du hast einen teil deines lebens eigentlich weg gespielt damit klar dass die wohnung kannst du auch nicht behalten aus sentimentalen gründen aber das ist schon echt bitter das höchstens so machen du kommst jetzt versuch so weit wie möglich zu fahren und wenn ich gleich die lieferung abgeliefert habe komme ich zurück und guck mal wie viel sprit ich noch im tank habe zu dem zeitpunkt ganz in ruhe kriegen wir schon alles hin sage ich nicht kippe ist alles gut ja ist das mein mitbruder mit der lauten musik oder kommt das von oben oder ist das nachbar von draußen weil ich halt die musik gerade nur weil ich die kopfhörer auf habe wer sich die kopfhörer ab höre ich so gar nicht also die mickey morse schalten halt gut ab da kommen manche töne ja